So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Underground Part 21. Die alte ist hinter uns her. Ähm, doch, da siehst du, das nicht, weil es Klaas ist, oder? Doch, die hat was in der Hand. Ähm, wir sind an einem völlig neuen Ort. Und wir müssen abhauen. Ja, ja, unsere Situation hat sie im Prinzip nicht so viel gebessert. Oh Gott. Eine Sackgasse. Und irgendwie ein Mädchen, was in der Ecke steht, was vielleicht eine Puppe sein könnte. Geh mal da rein, genau. Okay, ähm. Aber der Bezirk hier ist wahrscheinlich... Alter, was ist denn hier, Faser? Alter. Da hängt was drin, aber das kannst du eh nicht nehmen. Feuer. Ja. Ja, spring rein. Madame. Aber sie vielleicht. Nee, glaube ich nicht. Die ist noch nicht blöd. Na? Hey, was ist das? Hey, was ist das? Ist da ein Schloss? Ja, die ist flott, ja. Und du bist gleich im Ausrasten. Da komm nicht weiter. Hätte ich's mal nicht gesagt. Ähm. Ich sterbe mich wohl gleich. Du musst aus dem Raum irgendwie. Der wahrscheinlich zu ist. Ich kann nicht. Ich kann nichts machen gerade. Nee, du kommst doch nicht raus, da. Alter Scheiße, Mann. Ja. Jetzt mach dich die Tür wieder zu. Die war offen, die war so gar nicht offen, oder? Okay. Schon mal ganz gut. Äh, guck mal, ob du gesundheitst hast. Kamille. Wir brauchen unbedingt was. Okay. Ähm. Weiß nicht, die da abholt von sowas. Komm, mal gucken. Probieren, ja. Womit werfe ich? Mit Y. Gegenwärtig Magnesium. Es ist Magnesium. Ähm, zum auf dem Boden liegen. Aber Antimon pulver kannst du werfen, griffst es besser. Mit wo? Mit das werfe ich? Y. Zumal das Dreieck. Ja, danke. In dem Fall. Komm her. Warte, 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 ein bisschen näher, genau. Jetzt, 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 jetzt. Okay. Wo lang? Geh. Ah. Alter. Soll ich verarschen? Scheiße, Mann. Ja, ja, weiter. Ist das ein Spiegel da? Man sieht die so nicht mehr richtig so. Oh, scheiße. Die kommt nicht mehr rein. Die kommt nicht, ich mach mir nichts machen. Ja, ja, das ist doch die Rente dann einfach von selbstständig. Okay, renn mal in die andere Richtung, genau. Ach Gott. Scheiße, Mann. Okay, besser. Ähm, nimm was. Ähm. Ey, was hinlegen oder so? Magnesium. Ja, Magnesium ist das. Okay. Habe ich es ausgerüstet? Ja, ja. Hast du. Sobald das Rote leuchtet, hast du es ausgerüstet. Okay, dann direkt auf dem Boden jetzt legen, Folie. So, und lau. Warte, 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 warte. Genau. Okay. Umrunde sie vielleicht mal oder so. Keine Ahnung. Und dann leg wieder was. Oh. Alter. Und dann leg wieder was vom Boden. Und nimm was. Hä? Nein, nein. Was? Habe ich noch? Ach so. Ja, du hast es noch. Auf den Boden legen, zack. So, und lau. So, komm, komm, komm. Jawohl. Wo ist Yu, Mann? Oh, nee, der ist eingesperrt. Der hat die eingesperrt. Oh, fuck it. Scheiße. Stimmt. Edel Antimon, ist das was? Werfen, ja. Explodiert. Dreh dich um. Okay, versuchst du hier irgendwie aufzumachen. Jawohl. Nein. Nein. Oh, scheiße. Verschlossen. Nein. Okay, die Tür ist auf. Ja. Facke. Da rennt sie von selbst toten. Oh, jetzt ist sie vorbei. Nein. Doch. Nein. Verdammt. Wir haben nicht mal gespeichert. Nee. Ach. Verdammte Axt. Ja. Ach, scheiße. Ach, der ist Fabula. Die sind noch kranker. Ja, ein bisschen. Ach, scheiße. Ein bisschen. Die haben nicht gespeichert. Ja, du hast hier das letzte Mal gespeichert. Dann Spielladen und das Ganze von vorn. Ich weiß nicht, schneiden wir das jetzt raus oder machen wir das jetzt einfach mal? Was? Wir können ja den Port voll machen und dann den restlichen machen wir einfach weiter. Was? Wegen dem Neuspielen. Machen wir jetzt einfach weiter. Oh, nein. Man muss jetzt quasi das Ding da wieder neu reinführen. Oh, am Arsch. Vielleicht sollte man dann erstmal nicht das Rollo aufmachen. Ja. Ja, bis dahin müssen wir das dann nochmal speichern. Ja, das war jetzt ja echt krass. Das ist ja echt heftig. Gut, wir sind jetzt nicht so großartig weit gewesen, ne? Nee. Also wir haben ja im letzten Part... Nee, zurück oder zurück? Was? Nein? Achso. Na klar. Musst du das Ding holen. Ähm. Im Grunde geht's ja schnell. Wir haben jetzt nicht viel gemacht. Ja. Nur das Ding da reingepackt. Aber ich... irgendwie hat man ja Bällen hören. Also der muss ja... Na, der war irgendwie in der Nähe, ja. Wahrscheinlich. Die Frage ist, wenn die alte weg ist, musst du den dann wieder befreien? Ich weiß es nicht. Wie lange spielen wir denn schon? Keine Ahnung. Vier Minuten? Ja. Na, kommt das jetzt mal langsam? Da ist es. Okay. Dann direkt, wenn das Ding drin ist, nochmal speichern. Da liegt was. Das haben wir nicht aufgesammelt das letzte Mal. Die haben, glaube ich, davor gespeichert. Oder du hast davor gespeichert. So. Nö? Alter. Achso, du weißt es noch nicht mal. Du weißt es wahrscheinlich nicht. Und deswegen geht's nicht. Ja, ist das ein dummes... Das ist doch Spiellogik, ey. Oh, fuck. Also muss ich doch zu dem Bild. Ja. Muss nochmal zu dem Bild. Muss es anquatschen zweimal. Oh. Um dann zu wissen, dass da das blaue Ding da reiben muss. Oh. Hast du jetzt zwei am Arsch? Ich weiß es nicht. Ich hab so das Gefühl, ja. Ach, Mann, ey. Das ist echt Spiellogik. Kann ja nicht sein. Weil wir halt noch nicht da drin waren, ja. Das haben wir auch nicht hier angemacht, wa? Nicht die Mumie und sowas. Nee, das auch noch nicht. Das kannst du danach noch machen. Das ist ja nicht so wild. Ja, ja, ja. So. Öllampe. Ja, bla, okay. Wir wissen schon. Und ab zurück. Und natürlich am besten nicht von dem Vieh treffen lassen. Oh, wow. Ist das dagegen gesprungen jetzt? Ist da jetzt hochgesprungen? Weiß ich nicht. Wie sieht es da so aus? Krass. Oh, Mann. Ist nicht noch so viel jetzt hier. Ich hoffe, das andere ist noch da. Nee, ich hoffe, das andere ist resettet. Na, es kommt ja früher oder später. Ich glaub nicht, dass es noch da ist. Nee? Nee, bezweifelig. Ach, scheiße. Ah, kann ich nicht mehr raus. Ja, kannst du das Ding gleich mal reinholen, Junge. Ach, da ist es ja. Lavendel. Was? Ach, nee. Ich wollte das zertreten. Ah, hätte sein können. Ist das eine Blumenvase? Also. Vielleicht kann sie auch Blumenvasen zertreten. Die armen Blumenvasen. Tja, kommt das Ding jetzt noch nicht. Geh mal rein. Ich nehm mich hier so dagegen. Ist jetzt nicht so. Außer sind wir so weit links im Bild. Ja, das ist mir auch schon oft gefallen. Ich glaub, die Kamera hat sich ein bisschen gedreht seit dem letzten Mal. Ich glaub, wir sitzen irgendwie immer nur weiter so da. Nee. Das Mikrofon hat sich ja nicht bewegt. So. Ja, das hat sich wahrscheinlich resettet, ja. Weil du zu weit weg warst oder so. Ach Gott. So. Wir müssen öfter speichern. Wir müssen... Ja. Irgendwie drin haben. Ja, besonders dadurch, dass sie jetzt so, ich sag mal, leicht sterben können und nicht entrinnen können. Ja, das können ja keiner ahnen, ne? Also, gut. Das war jetzt nie wirklich das Problem, dass wir jetzt... Wir sind zweimal gestorben oder so. Ja, und ich mit Absprung, aber das... Ja, halt einmal durch Dummheit, sag ich mal. Das kann passieren, aber... Halt durch die Debelitas konntest du halt eigentlich nicht so leicht sterben. Nee, ne, der war auch super langsamer. Und sie ist ja so gewindig. Die ist halt dann doch ein bisschen krasser. Und wenn die zuschlägt, da ist dann doch viel Blut. Ich muss dann das gleich mal übernehmen. Ja, ich muss mich gleich übernehmen. Es ist nämlich was im Ofen. Oh, ich muss dich gleich übernehmen. Ich muss mich gleich übernehmen, ja. Und dann übergebe ich weiter an Sunny. Ich bin mal eben. So. Wir haben nämlich... Ja, wir überspringen das mal. Wir haben nicht mal aus dem Backofen. Gibt noch gleich Essen. Schön. Schlemmerfilet. Äh... Fisch halt, ne? Und Pommes. Deswegen mache ich jetzt mal noch den restlichen Part. So. Achso, wir wollten ja speichern. Schon mal vergessen. So, ich setze... Setzen wir mal ein Stück weiter ins Bild. So. Ähm... Da kann ich auch ein bisschen länger machen vielleicht heute. Sie ist ja nicht da. Kann ich ein bisschen länger machen. Vielleicht. Gucken. Je nachdem, wann sie wiederkommt. So. Die kommt gleich wieder. Scheiße. Jetzt geht mal ein bisschen. Ähm... Na toll. Essen ist doch nicht fertig. Habe ich euch bitte was erzählt, weißt du? Und dann ist es noch nicht fertig. Da haben wir uns nicht gefreut. Und dann... Alles scheiße. So ist das Leben. So ist das Leben. Scheiße. Bis jetzt eventuell ein bisschen am Mikrofon geknackst haben. Jetzt muss ich auch noch weitergeben, ey. Darf ich mal alleine spielen? Ah, alter. Alles scheiße, joh. So. Ja, gespeichert habe ich jetzt, glaube ich... Habe ich schon mal vergessen. Vielleicht habe ich gesagt, ich wollte sparen, habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Ich habe mit den Zuschauern da draußen gesprochen. Interessant. Ja. Was machst du denn sonst? Mach ich nicht so oft. Nee. Ähm. Ja, eine Mumie ansprechen. Das ist ja eine Mumie. Hast du gerade auch Panik bekommen dabei? Ja. Ja, ja, ja. Hat sie. Okay. Ja, ja. Haben wir nochmal probiert. Ähm. Bum, bum, bum. So, jetzt machen wir hier noch. Die Vase kaputt wird, genau. Ja. Fußballerinnen wird so definitiv nicht mehr. Nicht in diesem Leben. Hier kann ich mir noch nichts machen. Nee, da, komisch. Mama, die Tür auf, ist jetzt... Okay. Vielleicht ist da jetzt noch eine Mauer dahinter. Was? Vielleicht ist da jetzt eine Mauer dahinter. Wohin? Hinter der Tür. Hinter welcher Tür? Die du gerade aufgemacht hast. Hä, da ist doch eine Mauer hinter. Guck dir noch an. Bin doofer. Bisschen. So, doo-hun. Und dann haben wir im Prinzip wieder den alten Spielstand erreicht. Ja. Ähm, da ist die Aale. Die Alte. Die Markt. So, gehe ich jetzt nach links oder rechts? Soll ich trotzdem mal hin nach gehen? Ohne Rollo zu öffnen? Ohne Rollo zu öffnen. Was ist denn so trotzdem? Weil... Guck mal... Nee, guck mal nach rechts, bitte. Deswegen? Vielleicht ist die Tür nämlich zu und wir müssen das machen. Ja. Die Tür ist offen. Da gab's gar keine Tür. Gut zu wissen. Doch da. Eine Uhr. Speichern? Ja. Ja? Ja. Mach mal. Ich mein... Jetzt geht's ja. Also, dann müssen wir nicht so weit laufen. Hast du nicht gesehen. So, ich hab gespeichert, okay. Spielzeit 4 Stunden 14 Minuten. Wir spielen auch noch nicht so lange. Wir haben trotzdem 21 Parts. Was haben wir eigentlich in der letzten Zeit so gemacht? 21 Parts. Und 4 Stunden Spielzeit. Was gibt's denn des Hauses? Ja gut, eine Karte haben wir auch so nicht oft benutzt, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Keine Daten. Ah. Achso, ja, benutzen. Das Belly House. Herrenhaus. Und jetzt? Dann kannst du eine Karte nehmen. Äh, hast jetzt die Karte im Menü drin. Aber haben wir auch so nie benutzt, wirklich, ne? So, die X. Kann's nicht durch. Wahrscheinlich. Oder da ist was. Keine Ahnung. U1. Aber ich glaub ja, da ist irgendwas, ne? Weiß ich nicht. So, mach mal die Tür. Ja, warte mal. Ich will alles hier abkuchen. Ja, jetzt müssen wir erst mal so, okay, weit erkunden, von der anderen Seite abgesperrt. Es gibt immer irgendwie Türen, die von der anderen Seite abgesperrt sind. Also müssen wir quasi das machen. Ähm. Kacke. Na, kann... Ja. Hm. Ich geh jetzt mal hier rein, oder? Achso, war die auch abgesperrt? Ich weiß nicht, ob die alte da drin ist. Kann das auch sein. Mach. Die kommt so oder so. Ah. Okay. Da kannst du nichts machen. Äh. Und dann geht's quasi zu den Drachen da. Ah ja. Aber da können wir jetzt mal reingucken. Ja, ja. Kann man mal ein bisschen... Da ist ja auch was in dem Maul da, von dem Drachen. Das kann man nehmen. Klang schon hier nicht gut. Oh, nee. Ja, das klang nicht so gut. Äh, genau. Guck das mal an. Glühende Sonne, strahlender Stern, gleißendes Mondlicht. Entschuldige bitte. Monolith, Sun... Moonlight. Oh. Ja, Moonlight, quasi Star und Sun. Moonlight, Star, Sun. Glühende, Sun, strahlender Star, Moonlight, verschiedener Himmel. Diese rote Worte werden auf dem Wandteppich rot hervorgehoben. Diese Worte werden rote hervorgehoben, nicht diese roten Worte. Oh. Hä? Achso, hier... Ah. Ja, ja. Dieses Scheißvieh. Ja, muss ich mich ja... Er verfolgt mich ja die ganze Zeit, oder? Achso. Da... Nee, kann ich auch schließen? Ja, ja. Stimmt. Aber ich sollte gleich erst mal zu den Drachen. Da wissen wir mal, wo sie da erwartet. Oh. War das da vorne? Du triffst auch nicht. Die wird keine Fußballerin. Das geht ja, Lewandowski. Ich weiß nicht, ob das der Raum ist. Ja. Ähm... Da, genau. Hallo. Ein bisschen näher, ein bisschen war davor. Ja, das ist halt so. Es hält etwas in seinem Maul. Zerrissener Brief. Oh. Okay. Verglüh, du komisches Ding. Nee, das tut's nicht. Okay, bei... Hä? Adam. Liebste Fiona, ich schreibe dies in der Hoffnung, dass du es bis hierher geschafft hast. Spreche die richtigen Worte zu dem dreiköpfigen Drachen, der das Feuer verkörpert. Dadurch werden die Lohle und Flammen beschwichtigt, die alles verbrennen und dir den Weg zeigen. Die Worte selbst sind der Name des spirituellen Wesens. Wie nennen sie? Hier ist die Notiz abgerissen. Ich würde mal sagen... Sun... Ha! Guck ihn an. Gott, ich bin so schlau. Sun, Star und Moonlight. Oh ja. Und das musst du jetzt irgendwo eingeben. Nicht, dass du... Eine Statue, die fest nach einer Öllampe greift. Ich weiß, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Wir denken zurück. Vielleicht nicht, dass du da... Aber Platten musst du da nicht reinwerfen, ne? Nee. Da hängt was. Eine Puppe. Ich habe das Gefühl, sie beobachtet mich oder etwas. Dabei läuft es mir kalt den Rücken herunter. Die Puppe stand vorher noch woanders. Nein. Hier sind ganz viele von den Puppen. Ach so, okay. Die Schmiedernspiegel. Die nicht funktionieren, Mann. Naja, aber vielleicht... Nö, haben wir... Machen wir irgendwas falsch. Alles Kacke. Ja, vielleicht müssen wir uns... Edel im Magnesium. Im Mag... Im Magnesium. Eine Puppe. Ich habe das Gefühl, sie beobachtet mich. Geht es hier weiter? Es läuft mir kalt den Rücken runter. Ja. Du musst nochmal... Ich muss nochmal gucken. Es ist trotzdem sehr, sehr... Ich glaube, es ist doch schon fast um. Ähm... Ja, sehr, sehr weitläufig... Ach so, hier war der Sackgasse. Der Sackgasse? Der Sackgasse. Sehr weitläufig trotzdem das Gebiet. Also auch, wenn es jetzt hier halt... Doch... Abgesperrt ist. Oh, scheiße. Die Alte ist hin und her. Okay. Wir probieren was. Ähm... Wenn wir jetzt wüssten, wo sie ist. Okay. Hä? Wo ist die? Ne, wir versuchen das erstmal mit... ...dem Dingens hier. Mit dem blauen. Und locken das hier rein. In der Hoffnung, ...dass es klappt. Äh, das wäre... Ich hoffe, die Alte kommt nicht früher als das blaue Teil. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Okay. Die Musik hört auf. Aber ich höre was. War ich das oder... War das die... Okay, das Teil kommt. Das Teil kommt, das Teil kommt, das Teil kommt. Komm, 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 komm. Scheiße. Okay. die bauche quasi den hinweis fragen wir können bedeuten noch mal angucken einsetzen muss steht auf der tür geschrieben frage mich was könnte das bedeuten wir brauchen jetzt warte mal ich krieg mal die statue an ein stade ich war jetzt irgendwo mal gesehen hat sie jetzt auch schon mal am anfang gesagt okay ein soll auf dem fahne das ist etwas hoch oben aber ich würde die ich würde bei lebendigen live brennen wenn ich versuche jetzt danach zu langen okay wollen wir nochmal okay es ist gleicher ich weiß gar nicht ob wir das außen braucht der küche okay da ist so okay dann will ich jetzt mal ausprobieren weil wir haben ja so kom 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 gleich klappt ja so nein okay das hat nicht ganz klappt so warte dann müssen wir es mal kurz bisschen locken aber ich nehme mal vorher aus kam er so hier zack 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 vorbei nein das kann doch nicht sein da muss ich jetzt mal kurz weg locken also irgendwie muss das so funktionieren mit dem spiegel keine ahnung keine ahnung erscheint auch noch das teil scheiße weg 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 so reifst du an okay wunderherrlich das ist natürlich doof mit dem teil warte mal eigentlich mal kratzen hier euer frischbäum brisör um die haare kleben ich habe noch fest haare also ihr wisst schon also abgeschnitten haare die mit unterteilen ins gesicht aber dann jetzt auch ach das auch noch eh warte ach gott ich kriege ein krabbel die alte sind uns herrschen bitte nix die kamen die ehrlich über bezeugen habe ich auf video habe können die anderen bezeugen habe ich auf video ich glaube die stirbt jetzt ja ja doch scheiße ich habe jetzt die kam als ich im raum war ja keine ahnung wir müssen auch nicht herausfinden was wir machen müssen bezug auf die öllampe die nämlich nicht gegen nein wir müssen wahrscheinlich herausfinden dass das geht wie weiß ich noch nicht dass das ding auch rein geht auf jeden fall hat das was mit sun moonlight und star zu tun und das werden wir dann in der nächsten folge ja ich doch nicht es war zu laut ne irgendwas ist rausgegangen weil du dich dagegen gelehnt hast ähm von daher machen wir erstmal feiern für heute acta es fabula game fabula game over für uns game over für euch morgen geht das spiel allerdings weiter 21 uhr in part 22 let's play home ground macht's gut komische hand und komische hand und hm 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 hm